Hallo liebe Leute, hier ist wieder Namenwarnungfrei mit LOL und dieses Mal als RICE und ich werde anscheinend in die Mitte gehen müssen. Okay, mag mir das gefallen? Ich weiß nicht. Ich hoffe. Ja, ich werde in die Mitte gehen müssen. Also das ist jetzt der neue RICE. Klar, mir gefällt er nicht so gut wie der alte. Vielleicht war der alte stärker, vermutlich. Aber ja, der neue ist eigentlich auch ganz okay. Und mir geht es auch ein bisschen um ihn zu lernen. Gegen Kennen ist es ganz schwul, weil Kennen ist schwul. Weil er dich irgendwo einfach so umhaut und permanent Energie hat und dann sein Ulti macht und angedischt kommt und dann sagt er, leck mich. Da unten gibt es auch Small für den Gangplank, verliert halbes Leben. Trinder hat auch ziemlich viel verloren hier. Hätte sich gar nicht zurückgewirbeln müssen. Minions have spawned. Kennen hat sich, glaube ich, ein Duraschild gekauft. Ja, das macht so viel Leben. Und hier oben geht es auch hart ab. Cutter kriegt aufs Maul. Zwei Fan-Kämpfer, wieder eine Luchs. Ziemlich schwul. Warum wieder eine Luchs? Das Spiel, das ich davor mit Mundo aufgenommen habe, das kam direkt vor diesem Spiel eben. Und sie stirbt nicht. Ah, schade. Naja, kann nicht immer alles gut laufen. Oder? Darf ich sie, oder? Ah, ne. Hm. Okay. Ich sollte mich mal wieder auf mich selbst konzentrieren. Etwas, was ich immer vergesse. Weil... Man schweift halt, wenn man kommentieren will, ab. Das ist schlecht. Dass man bei LOL eben nicht selbst kommentieren kann. Jacks hat First Blood gemacht. Wie? Weiß natürlich nicht. Ich weiß ja sowieso nie, wie irgendwie Sachen passieren. Ich bin hier am Cut No. Und so weiter. Dafür, ähm... Konnte jemand... Äh... Konnte der Gangplank getötet werden. Nicht... Der Gangplank konnte man getötet, weil er ist ja gar nicht mal getötet. Ähm... Wie ich Jacks spielen muss, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich werde Overlord schnell... Ähm... Overload... Nicht Lord. Sehr hochskillen. Und... Das macht wahrscheinlich so am meisten Schaden irgendwie. Denk ich mal. Äh... Ja... Ken. Habe ich schon gesagt, dass er mich aufregt. Genau deshalb. Ich mein... Kommt angedasht. Kriegt mehr Energie. Kommt Rüstung dazu. Im Prinzip hat er dann den... Ja... Leck mich. Ken. Und ich gehe euch allen auf den Sackmodus. Weshalb war halt nervig ist wie noch was. Ja... Ich hasse Ken. Das sieht jetzt ziemlich gut aus. Bei meinem Team. Außer natürlich bei mir. Oh, einen Flash wollte ich natürlich nicht machen. War ein Fail. Naja... Ken hat mich ziemlich auf die Schnauze bekommen. Ist es mir wert. Natürlich. Ist es immer wert, wenn Ken was auf die Schnauze kriegt. Ziemlich hohen Mana verbrauch. Hab ich. Oh, Ken hat hohen Energie verbrauch. Aber das... Kann ihm ja egal sein. So mehr oder weniger. Naja... Ken dominiert hier jetzt auf jeden Fall die Lane. Weil er einfach 5 mal so gut farmed kann wie ich. 11 zu 16. Nicht zum Kotzen. Irgendwie so ein Gesicht. Naja... Wow... 2 Creeps gekriegt. 2 Creeps gekriegt. Jetzt muss der Toom natürlich das Ding angreifen. Boah... Geil. Oh... Immer ein Krieg. Noch ein paar Creeps. Wow... Das seien schon... 4er... Killstreak. Krass. Also... Seien... Wow... Ich meine... Seien ist zu stark... Ken wartet jetzt bis er Level 6 ist und dann kann er mich grad so umhauen. Echt geil. Echt geil. Oder... Genau das ist es. Das meine ich und das ist unaufreichbar. Ja... Ja... Ähm... Ja... Man stirbt einfach. Fertig. Nichts dagegen zu machen. Ja... War nicht mal Level 6. Okay... Ja... Mana... Mana... Regeneration. Herr... Ja... Ich bin schon bereit. Ganz gutes Zeugs. Jetzt wird er sich irgendein schwules Item kaufen. Dann wird er... Einfach nochmal killen weil er in Level 6 ist und seine Mutti hat. Ganz klar. Wie sieht es da unten aus? Ja... Die Lane wird mehr oder weniger gehalten. Äh... Weil Sine gankt viel. So wie ich das jetzt verstanden habe. Uh... so. Warum rutscht meine Maus immer IRGENTWO hin? Sobald ich... ähm... ... sie loslasse. Ich versteh das nicht. Jetzt k- jetzt töte der mich... so instant... So n' Rülknügel wie Kent... Es ist so zu kotzen. Also es strengt extrem an gegen so einen zu spielen Ich hasse ihn Oh, ich habe ihn getötet Oh, der Tobak Gutes Ding Also Hier gibt es Geflame Jetzt kann ich mir den Tränen Deckettchen kaufen Weil Mana Oder Weil viel Von dem Rye Stickt hat Zwei Fähigkeiten Und das ist dann halt Mana zu Damage Und das ist gut Also drin der Göttin und dann Katalysator des Beschützers Das sind so die Sachen, die ich mir jetzt kaufen werde Ähm, die da ist es kennenschreiben Und die da wird meine Maus irgendwo Krumm Scrollen, wie ich es nicht will Haha, Ken Das hast du dir anders vorgestellt, ne? Also ein Gesicht Ich hasse ihn Oh, das habe ich jetzt auch schon oft genug gesagt Also gut Ich meine Es ist schon irgendwie komisch Dass jemand, der halbes Leben hat Jemanden mit vollem Leben so fast töten kann Und wenn er jetzt irgendwie Lacke geflamed hätte Er war Ken Also soll er Einfach das Maul halten Ne? Das ist mit Ähm Ja, das habe ich gesagt Wenn jetzt irgendjemand stirbt Und ich meine Schuld Ne, sein Hat es Vorzeitig gemerkt Ken kommt jetzt gleich Und tötet mich Deshalb gehe ich jetzt wieder zurück Zu meinem Turm Der einzige Ort, wo ich momentan sicher von ihm sein kann Ja, da ist er wieder Jetzt kann ich wieder hin Leck mich kennen Ist vor allem so ein Charakter Wo man permanent Wirklich Permanent alle Millionen Reflexe da haben muss Weil man sonst einfach von ihm Gerapt wird Und das ist Das ist nervig Ähm Gut, farm ist jetzt eigentlich ganz gut drin Das heißt Jetzt läuft es mehr oder weniger für mich Für den kennen Sicher nervig Dass er mich jetzt nicht so One-hitten kann Äh, aus was für einer Reichweite Das wirklich noch trifft Das ist echt lächerlich Also wenn es ein Skillshot wäre Fände ich es ja noch fair Irgendwo Aber so Das ist lächerlich Selber schuld Wenn er so nah zu mir rankommt Dann Kriegt er gerne mal Die kalte Leitung An Damage ab Und Das ist auch gut so Das ist ein Ken Hat er sich verdient Katelyn ist jetzt wieder da Wow, canon Sogar zwei Creeps weniger Wie ich Hattig jetzt gar nicht gedacht Na, jetzt wollte ich gerade eben gucken Wie viel Mana der canon hat Ich mein echter Helm Ja, canon Ich weiß Das Minderwertigkeitskomplexe Und muss das auch rumrennen So eine scheiß Nudel Ich weiß nicht wie oft ich innerhalb dieses Video noch Kenflame werde Aber Ich glaube ziemlich oft Weil der Kenntenspieler sollte jetzt Spätestens jetzt das Video ausschalten Ja, würde ich gerne machen Ja, würde ich gerne machen Ja, würde ich gerne machen Oh, okay Immerhin tot So ist es fair Ist ein Ken Und in seinem Team mögen sie ihn ja nicht, weil jemand misschreibt Gut Gefällt mir Ich bin die Ich schreibe nicht miss Wir kennen Fraktion Und jetzt Na, gleich L11 Das ist sehr gut Ich möchte eigentlich noch warten bis ich L11 bin Dann Gehe ich mal zurück Und kaufe mir Abyss Das ist in dem Fall Vermutlich ein Katalysator Des Beschützers Fahm macht Halt süchtig Noch ein Creep, noch ein Creep Ihr kennt vielleicht das Gefühl Katalysator des Beschützers Eben auch in der Lane Ziemlich gute Zeit Ja Hutsdecken nicht So Meine 3er Schuhe brauche ich eigentlich, äh, meine 2er Schuhe brauche ich eigentlich noch nicht Hm, Garen stirbt jetzt, dann Kates Ulti, ah ne, hat's überlebt Gut Hat schon die Lustung gehabt Ja Äh, wird sich jetzt ein Rollais-Kristall-Zepter kaufen, der Ken und dann ist er sowieso nicht mehr Um Tod zu kriegen in dem Teamfight Was total lächerlich ist Genau wie die Reichweite von diesem Ding Ja, in dem Moment muss es lag Das ist echt lächerlich Ah, cool Hat aber ordentlich auch was auf die Mütze gekriegt Stun, stun, stun Ja, der Tod ist er Ah Schön So gefällt mir das So, nicht anders Ja, der Ken wird oft gegengt, das ist gut Das ist eigentlich auch so ziemlich die einzigste Chance, wie man 1 gegen 1 Lane gegen ihn haben kann Zumindest als Rise Ähm, ich denke, dass man als Ja, als Tank vermutlich eine Chance gegen ihn haben kann Glaube ich Aber das weiß ich nicht Darum läuft das Jetzt arbeitet das also Wenn wir eine Maus wieder auf ablegen Aber SS schreiben muss man Muss sein Ähm Wollte eigentlich hier rei schreiben Aber, okay Ja 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 So Deshalb skille ich auch Ähm Nein Eine E-Fähigkeit nicht, weil die eben nicht auf Mana stackt Da sind sie alle wieder Aber Gut Ken hat mit so einem Ulti nichts getroffen Gefällt mir Ziemlich fair Ich kann auch mit Rise im neuen Ulti relativ wenig anfangen Ich find's irgendwie sinnlos Irgendwie das Beste an dem Ulti ist passiv mehr Mana Genau Aber ich habe das Gefühl Oh man Oh man Damage Garen Okay Ja Wir haben verloren Ich kann Ich kann mal ein Ulti machen, damit ich mich ein bisschen heile Nein, das Ulti von Rise ist jetzt so scheiße einfach Komm schon mal rein Komm schon mal rein Mal hier Ein Drachen Was sitzen Irgendwas muss man ja machen Irgendwas muss man ja machen Ähm Ich habe eigentlich wehr auf ihn gedrückt Ok Okay Cool Tote Gätener Gut. Wenn es jetzt der alte Reiss gewesen wäre, hätte ich die alle irgendwie weghaunen dann mit dem neuen Reiss. Noch mal ein bisschen Schaden, ansonsten nichts. Naja. Das ist gut. Das ist gut. Zumindest sogar. Wie ich diesen Fail hasse, er mir aber Millionen mal passieren muss. Alter. Gut. 190 Gold mehr. Und gerne mit. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 5. 5. 3. 4. 4. 5. 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 6. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 6. 5. 5. 5. 6. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 5. 9. 10. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 15. 15. Das kommt mir grad so klobig und abgehakt vor. So schlimm. Okay, jetzt sollte ich wieder zurück. Ah, okay. Zehn. Gutes Ding. Ich hab gedacht, wir haben irgendwelche neue Server gebaut. Zumindest in der neuen Nachricht. Okay. 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 Oh, schade. Der hat überlebt. Unsere Gegner wollen aufgeben. Gut. Geil, ey. Ich hab die meisten Assets. Mit Rice. Cool. Die Zeiten ändern sich echt irgendwie. Okay. Minus ein Turm. Da schon wieder kein... Die Kater schön mit ihrem Blitz da last hittet. Ja, cool. Ich hab echt die meisten Assets. Und dritte halt die zweitmeisten. Geil. Ich hab 5 Carries in einem Team oder nur was. Krass. Ah. Ich hab wieder rum... Wieder verklickt. 3025 Mana. Das ist cool. Oh, ich brauch aber noch mehr. Ich brauch ne Million Mana oder sowas. Dann wird's erst richtig gut. 2037 Mana. Ja, wird doch langsam. So. Ja. Ich tu mir als Rice die gute Aura. Cool. Boah. 3081. Ah, jetzt weiß ich, warum ich mich permanent verdrück. Ich hab die Hotkeys falsch rum. Ich hab noch mal meinen Zünden auf A und das andere halt auf S. Ja. S. Ach komm. Schon noch 10 Gold. Ich glaube, ich bin ein Zauberstab. Ah. Deshalb verdrück ich mich grad die ganze Zeit. Lustig. 2.206 Mana. Echt hart viel. Wie viel... Andererseits sind das auch nur... 160. Beziehungsweise 321 Schaden mehr. Ja. Ja, das ist auch so lächerlich. 150 Bonus Mana. Passiv mehr. Aber der Rest von dem... Ulti ist eigentlich noch lächerlicher irgendwie. Okay. Oh, und ich hab schon wieder kein Kill gemacht. Geil. Das ist echt cool. Ja, komm doch. Oh, der rennt nicht mal schneller wie ich. Oh cool. Ich meine, Jax ist doch eigentlich schneller als Rise, oder? Ich glaub schon. Ich glaub schon. Kein Plan. Woran das liegt. Wir werden wohl an den... Beschwörer Fertigkeiten und... Äh... Ruhen liegen. Das muss ich mal... Zu Render, please. Darum sollten sie. Ich meine... Wenn wir immer noch schön... Vor ihrer Base hier aufgeben... Äh... Uns umbringen lassen. Ist das eigentlich scheißegal. 3419 Mana. Cool. Okay, Barren-Buff. Dann war's das jetzt wieder das Spiel. Denk ich mal. Checksteine reporten. Okay. Checksteine reporten. Okay. Hier hätte jetzt irgendwie noch Bock auf 4000 Mana. Das wäre ja irgendwie lustig. Das hatte ich dann, glaube ich, wirklich nicht... Das hatte ich dann, glaube ich, wirklich nicht... Vor allem nicht nach 30 Minuten. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. So war's. Jetzt war's. Allein die Creeps machen jetzt schon mal alles fertig. Ich weiß nicht was das gerade von ihr so in der Aktion war Oh, ich habe was getötetet Hätte ich jetzt auch nicht erwartet Oh, sie hat nicht so stark Naja, aber das war es jetzt hier von 2.2.14 mit Reich ist lustig Okay Schönes Spiel Jo Vermutlich nehme ich jetzt gleich noch was auf Weil ich bin da irgendwie gerade im Rausch Weiß auch nicht warum Bis zum nächsten Mal, ciao Cool Team Untertitelung des ZDF, 2020